Ich esse jetzt eine Salzgurke, weil ich ein echter Hooligan sein will. Natürlich geht auch Mais oder Kartoffeln, aber Salzgurke ist auch gut. Den Hooligan sind wir vom Stadion verkauft. Mh, als puro Kaps hier umfetzt. Ja, was auch starke Bürger betrifft. Mh, mh, mh. Mh, mh. Ich will mich natürlich nicht für Gewalt aussprechen, aber... Mh, mh.